Ja, liebe Leute, das Jahr neigt sich langsam dem Ende und ich dachte mir, nehmen wir zum Abschluss des Jahres nochmal so einen kleinen Umriss und da nutze ich auch nochmal die Zeit, um Danke zu sagen. Danke für die Möglichkeit, in diesem Jahr richtig geile Projekte anzugehen und auch richtig geile Videos erstellen zu können. Da geht erstmal Danke raus an Amperion Audio, an Teufel, an Dokin, eine ganze Menge, also wirklich fetten Dank und natürlich auch an Acoustic Energy, ein richtig geiles Dankeschön. Besonders an die zuständigen Leute, mit denen ich auch zum Teil schreiben konnte, mit denen ich auch zum Teil telefonieren konnte. Das macht richtig Spaß und es erfreut mich immer wieder, solche Produkte erstellen zu können, beziehungsweise solche Videos erstellen zu können und dass sie dann auch gefallen finden. Und gerade in diesem Jahr war es für mich besonders schwer und dann habe ich dann viele Angebote entgegengenommen, weil ich dachte, hey, perfekt, so kann ich wunderbare Videos machen und das lenkt mich auch sehr stark ab. Und deshalb schon mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an all diejenigen, die dieses Jahr auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob wir da nicht irgendwie so eine Art Zusammenarbeit machen können. Einfach genial. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, pass auf, was ist denn dieses Jahr überhaupt so auf meinem Kanal zusammengefasst passiert? Wie viele Videos habe ich hochgeladen? Und, und, und. Da muss ich mal eben kurz mein Handy nehmen, denn die ganzen Daten habe ich so jetzt nicht mehr im Kopf. Die habe ich mir aber mal aufgeschrieben. Immer ganz gut, denn wer schreibt, der bleibt. In diesem Jahr angefangen, das erste Video dieses Jahr war ja wie immer das Silvester-Special. Das wird auch dieses Mal wieder kommen. Ich weiß nur nicht, wie das ausfallen wird, denn Feuerwerk ist nicht. Und irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Jahr habe ich auf Silvester überhaupt keinen Bock. Na gut, müssen wir mal schauen. Könnt ihr hier nichts für? Ihr habt da Bock drauf. Da muss ich mal gucken, ob wir da was gedeichselt kriegen. Gut, aber in diesem Jahr 2020 habe ich tatsächlich 31 Videos rausgehauen. Dies ist jetzt hier nicht mitgezählt. Das ist das 32. Video. Und das sind insgesamt, als ob ich es geplant hätte, genau 400 Minuten Video in den 31 Videos und 47 Sekunden. Dabei haben diese 31 Videos eine gesamte Dateigröße von 208 Gigabyte, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Gut, das sind die hochgeladenen Dateien. Ich schneide die ganzen Videos ja immer noch. Und die ganzen Videos, die ich mit der Kamera aufnehme, die ganzen einzelnen Videos, haben eine Dateigröße von 841,75 Gigabyte und sind insgesamt über das Jahr verteilt 1.710 einzelne Videodateien gewesen, die ich für diese 31 Videos, die ihr schlussendlich auf YouTube gesehen habt, gebraucht habe. Und dabei haben wir, ich finde es richtig cool, ich war überrascht, dass ich diese Zahl gesehen habe, in diesem Jahr Aufrufe erhalten. Bis zum 21.12.2020 haben wir Aufrufe erhalten. 2.246.445 Aufrufe. Wenn das nicht mal geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Und dazu sind dann noch 4.640 neue Abonnenten hinzugekommen. Und das ist eine richtig geile Sache. Erstmal Chapeau an euch allen da draußen. Ah, das funktioniert besser wie die Stöfchen. Also bleibt gut warm. Äh, genug. Danke, haben wir gesagt. Und jetzt gucken wir mal, wie geht es denn weiter. Gut, ich habe noch Videos da. Ich habe noch einen Subwoofer von Aperion Audio da. Da freuen sich ja viele von euch drauf. Dann habe ich ja noch ein Standlaussprecher-Pärchen von Acoustic Energy. Die AE309. Dann habe ich natürlich, wie ihr die mitgekriegt habt, mir neue ELAG-Laussprecher gegönnt. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Dazu wird auch noch ein Video kommen. Und dann haben wir noch eine ganze Menge mehr, die wir nächstes Jahr angehen können. Und vielleicht kriege ich es dann irgendwann auch mal hin mit Livestreams oder sowas. Ich bin da dieses Jahr ein bisschen ruhiger mit angegangen. Habe mir dies und jenes mal angeguckt. Wie soll das schlussendlich funktionieren? Habe ich mir mal angeguckt. Manches funktioniert noch nicht, weil ich wahrscheinlich zu blöd bin, das zu kapieren. Aber das kriegen wir auch alles noch auf der Reihe. Und damit würde ich sagen jetzt, damit das Video nicht ganz so lange wird, verabschiede ich mich jetzt bei euch. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich kein Video mehr kommen. Und ein bisschen Pause habe ich dann auch mal ganz gerne. Dann würde ich sagen, Starten wir im Januar. Direkt Vollgas wieder durch. Ich denke, das erste Video wird das Silvester-Video sein. Und dann lasst euch doch einfach mal überraschen, was da alles noch so kommen mag, liebe Leute. Bleibt mir gesund und munter. Genießt das Weihnachtsfest, auch wenn es dieses Jahr ehrlich gesagt beschissen ist. Man kann nicht so viel machen, wie man machen möchte. Und Schnee habe ich noch gar nicht gesehen. Ich meine, ich habe hier gut an, aber jetzt sind draußen 11 Grad. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Irgendwie macht das so alles keinen Spaß. Und wenn man noch nicht mal Freunde, Familie besuchen kann, erst recht nicht. Aber trotzdem, liebe Leute, macht das Beste daraus. Genießt es und lasst euch nicht unterkriegen. Und wie immer, bleibt mir gesund und munter, liebe Leute. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Oder sogar, wenn ihr euch schon freut, was alles kommt, dann sagt euren Kollegen Bescheid. Und abonniert das Ganze hier einfach. Da haben wir alle zusammen Spaß. Und dann würde es mich richtig freuen, wenn wir uns im Jahr 2021 wiedersehen und dann weiter so machen und richtig durchhauen. Alles klar, liebe Leute. Macht's gut. Euer Speaker Shocker. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020